Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Voyage Video. Letztens haben wir ja schon das neue Gebiet für den Dungeon freigeschalten und den werden wir uns heute mal anschauen. Wow, das wird eh spannend wenn wir nur ein Leben haben, aber ja. Ist halt so. Ich würde sagen wir gehen nochmal hin. Dann müssen wir noch Brücken bauen natürlich. So, äh, na. Machen wir gleich mal abo. So, passt schon. Gut, dann gehen wir mal rein hier, oder? Baaah. What the heck? Urartes Grab. Kann ich... Da vielleicht gar nicht nur eine... Ah, doch. Ich sehe das da rüberschupfen. Nice. Gäme ich sehr gut aus. Ich weiß ganz genau was ich tue. Ich weiß gar nicht, ob die Dinge mir wehtun, oder nicht? Boah. Ich weiß gar nicht, was ich tue. Ich weiß gar nicht, was ich tue. Ich weiß gar nicht... Ich weiß gar nicht, was ich tue. Ich weiß gar nicht. Gäme ich... Ah. So, nochmal. Jetzt haben wir mal das Essen inzwischen drehen. Und dann schauen wir nochmal. Gehen wir mal in die andere Richtung. Aber wie es aussieht, können wir da ja nix machen, oder? Denn da ist voll. Achso. Die schießen ja auf mich. Gehen wir mal da oben rein. Ah, Kisten. Sehr cool. Und da? Nice. Ist da oben noch irgendwas? Nicht unbedingt. So. Dann gehen wir nochmal oben. Schauen wir nochmal rechts um mich. Uh. Warte, müsst ihr die vorne. So, jetzt schauen wir mal in die Richtung. Also, es geht nicht. Ja, wieder. Ich komme mit. Hä? Ah, man kann es jetzt hier. I see. So. Und jetzt ist die Frage. Okay. Ich komme jetzt so nicht weiter. Also, irgendwas fällt mir da, glaube ich. Ich habe fast die Befürchtung, dass ich irgendwas... ...net habe, was ich brauche. Ich glaube, ich kann die da unten auch nicht besiegen, denke ich mal, oder? Ich muss jetzt probieren. Ich weiß nicht. Kann ich den mit dem Schwert angreifen, eigentlich? Ah, das wird anstrengen. Ah, das wird anstrengen. Pff. Das hat einmal funktioniert grundsätzlich. Okay, okay. Dann bringen wir das einmal auf. Und jetzt schauen wir mal. Und jetzt schauen wir mal. Boah. Ich muss das mal drauflegen. So, ich muss eh nur drauflegen, oder so ist das letztens nicht an. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert überhaupt, oder ob ich das falsch mache. Ich gehe ja öffnen. Aber wie ich jetzt probiere? Ach so. Geh auf, hier dann. Die Dinger tun eh nichts. Die waren nur zu stören. Auah! Uah! Okay! Die hat mir jetzt ein Bild verwirrt. So! das essen dann schon mal vettel kisten blitzstab den brauche elektrisiere gegner und versorge gebäude mit strom das ist das was sie draußen braucht das hat sie mir schon ein paar mal gesagt zum glück was das heißt da bin ich schon am ende nur schauen wo ich noch hinkomme wäre eigentlich möglich dass sie mit der einsperre seitdem blitzstab jetzt geht es ja mit dem oder wie sie mit komischen dinge kommen wir noch mal hinter unten wo ich schon jetzt brauche ich nur mit drüben umgehen da komme ich wahrscheinlich noch nicht rein weil ich noch nicht alles habe da wollen wir kurz was essen oben war eh normal schon da ist eh nix ok das geht durch die steine durch oder sie muss das ding da das geht ja nicht Aber wie soll das dann gehen? Wissen wir da den Block von ganz drüben holen? Anders wüsst ihr nicht wie es gehen soll Probieren wir halt Schauen ob das überhaupt geht Kann ich den überhaupt durch Türen mitnehmen? Klappt nicht oder? Schaut doch aus Was ist das umständlich? Wahrscheinlich geht das gar nicht so aber ja Man muss kreativ sein So Und da drüben Muss aber gehen hin eigentlich Das muss ja da unten haben Weil das funktioniert ja nur in der Nähe Da kann ich das ja mit dem Stab machen Das sind wieder Viecher zum killen So Muss essen Verhungern wäre da jetzt echt traurig Hehehe Achso Achso Ein Schlüssel Oh Oder was ist das? Achso mit dem komme ich jetzt bei dem Hauptdoor ein Ich denke mal Ich bin schon sehr gespannt Ich hoffe da muss ich nicht kämpfen Das wäre ein bisschen problematisch Ja genau wie ich gesagt habe Aber der greift mir anscheinend eh nicht an Na dann Gott sei Dank Ja Der greift mir eh nicht an Sag nicht ich muss jetzt alles wieder von rein machen Muss ich Leute Wir sehen uns dann wieder Wenn ich soweit bin Also Den ganzen Dann schon nochmal neu gemacht Und Jetzt hoffen wir dass wir nicht sterben Bevorher essen wir jetzt noch was Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen Wird gerne irgendwie speichern Aber es bringt ja nichts Macht irgendeine Anzeichen wenn er sich so irgendwie bewegt Ich habe Angst Das war knapp Das war knapp Das ganze zeig es nicht mitnehmen Das brauche ich nicht Milch Und Eis Passt Jetzt kann ich doch alles mitnehmen Was haben wir da drin Gottgräber Uraltes Siegel Nur für jene die das uralte Grab abschließen Jawoll Herzcontainer Maximal Lebenspunkte erhöht Endlich wieder zwei Herzen Da ist der Dungeon abgeschlossen Wunderbar Und damit würde ich es dann auch belassen Perfekt So ein bisschen nur abhacken Perfekt Da würde ich sagen Wenn euch das Video gefallen hat Dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben Wird mich sehr unterstützen Natürlich würde ich mich auch über weitere Ja Hinweise Tipps und Vorschläge freuen Und natürlich wenn ihr neu auf diesem Kanal seid Oder schon länger mit dabei seid Könnt ihr ja gerne abonnieren Wird mich sehr freuen Sehr unterstützen Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zocken Und bis zum nächsten Video Danke fürs Einschalten Ciao Bis zum nächsten Mal